Ja, wir stehen da in unsere Hopfengärten in der Holledau in der Nähe von Siegenburg und die Familie Kiermaier ist seit 2018, sind das unsere Hopfenbauern und der Thomas Kiermaier, der zeigt uns jetzt heute, wie alle Jahre, wie der Hopfen steht und was wir für eine Ernte zu erwarten haben. Ja, wir stehen da im Hopfengarten mit der Sorte Select, das sind zweieinhalb Hektar der Garten. Der Garten wird nur für die zur Zuchtbrauchskraunstellen bewirtschaftet. Der Hopfer, der steht heuer ein bisschen wichtiger als andere Jahre. Es hat jetzt die letzten acht Wochen sehr wenig geregnet. Wir haben gestern den langersehnten Niederschlag erhalten von 50 Liter, der war aber zu spät. Der Ertrag, der wird ausreichen, dass wir den Hopfenbedarf für das Hofbrauch Straunstein decken können, aber die Menge ist halt insgesamt sehr niedrig. Die noch das Vergessen!